wissen ist macht ein geheimnisvoller mann ist in dein dorf gekommen er behauptet er wisse viel über die wildnis und könne dir wie ein paar münzen einige dinge beibringen entscheidet sich ablehnen keine einschränkung die nummer zwei geht irgendwie nicht über lebensfähigkeitslevel 0 bis 4 wir sind wahrscheinlich zu hoch und jagen fertigkeitslevel auch 0 bis 4 alles klar zeigt ihm dass du mehr weißt wir zeigen dem dass wir mehr wissen vielleicht kriegt man wieder bei münzen viertens plus 250 münzen der mann ist verblüfft darüber dass du so viel weißt als eine form der anerkennung gibt er dir ein paar seiner münzen 250 schließen hallo meine freunde da bin ich wieder euer senior gamer mit einem weiteren abenteuer hier in medieval dynasty ihr kennt den kanal gern kostenlos abonnieren das kleckchen aktivieren damit ja kein weiteres video verpasst und ein daumen hoch hilft jedem kleinen youtuber im algorithmus ihr habt es gehört wir haben ein gutes geschäft gemacht wir haben ihnen bewiesen dass wir nicht dumm sind basil da kehrt schon wieder wir haben wir beginnen das 14 jahr der dynastie herald treibt sich auch schon wieder im tal rum und wir gehen gleich mal an unsere truhe und wir suchen etwas zum verschenken und zwar kriegt sie heute einen goldenen ring hallo padilda wie steht es um unser kleines königsreich wir müssen steuern es fehlt handwerksmaterial nicht steuern zahlen wundert mich aber romantik ich habe eine kleinigkeit für dich schön danke süßer gut so richtig begeistert ist wahrscheinlich nicht was gut meine liebe ich habe gute jaja ich gehe auch schon ich habe einen guten tag das darfst du auch wissen so alles klar es grünt wieder es ist wieder alles den grünen wir müssen auch noch vor unserem haus wieder ein bisschen aufräumen das ganze gestrutt weg machen hier und ein bisschen zack auflesen so wir müssen auf alle fälle unsere fälber auch hier sieht da wie war es halt gleich mal in der bau hätte gucken was da wieder über den winter kaputt gegangen ist ich habe übrigens das das zweite haus noch zu ende gebraucht im winter das hier werden wir gleich mal umbenennen jetzt wer ist dort drin drogomirer und samu kost also ich schieb mir mein mikro beiseite drogomirer samu kost und enter alles klar jetzt haben wir noch zwei häuser frei also für vier personen wir sind jetzt 180 personen in unserem dorf wir müssen 20.793 müssen wir an steuern bezahlen die haben ein ganz schönes naja nützt ja nix nützt ja nix irgendwann wenn man nix mehr bauen bleibt das konstant denke ich mir ich hoffe es mal nicht dass die dann noch irgendeine sondersteuer ab wir wollten ja auch unsere fälber nicht so aussieht ja ist klar der rocken wird geerntet und der hafer geht nachher drauf das ist doch noch und zeigt mir das nix an was ist das hier das rockenweizen na jetzt zeigt es rocken alles klar die haben werkzeug da muss man gleich erstmal unsere felder rein müssen die wieder um bestellen feld 13 das ist das neue feld was wir haben da werden wir gleich mal äh hafer drauf machen da machen wir hafer drauf brauchen wir so bestätigen so dass jetzt geht es von oben weiter hier f pflanzenart ändern da kommt wieder was war das jetzt an flax f flax flax drauf machen der rocken geht runter der flax geht drauf bestätigen das feld 12 das ist flax nix anderes drauf f toll nee da ist auch rocken drauf das haben wir bloß nicht umbenannt alles klar bereit zur ernte genau gut jetzt pflanzenart ändern c da kommt flax drauf f flax fertig das werden wir gleich mal umbenennen das ist ein eigener name flax und rocken ne nicht sechs rocken und jetzt rocken so alles klar das ist feld 7 f pflanzenart ändern da geht jetzt auch flax drauf wieder f so das feld 6 da geht jetzt auch lax drauf das ist immer eine mühselige arbeit hier das alles umfrieben so 8 ja es kommt hafer drauf f nicht 8 auf die 3 8 ist wird nicht geändert das ist gemüse feld pflanzenart ändern da geht der hafer drauf f bestätigen pelt 11 ebenfalls hafer f pflanzenart ändern hafer hafer bestätigt dann haben wir kohl mohn rocken und weizen da geht weizen drauf f der weizen ist noch nicht fertig alles klar dann haben wir hier weizen das auch noch nicht fertig und hier auch noch mal weizen und rocken da ist rocken drauf da geht nachher weizen drauf alles klar so d f und da geht der weizen drauf der sommerweizen so und draußen das neue feld haben wir mit mit hafer gemacht da müssen wir jetzt schauen das müssen wir umbenennen das wird erstmal nennen wir erstmal hafer mal sehen was wir später nochmal drauf machen ähm eigener name und dann nennen wir einfach mal nur hafer hafer so da müssen wir was los so wir brauchen 100 228 300 330 mal brauchen wir hafer müssen wir uns Saatgut besorgen weil ja nix da ist zum glück müssen die ja erstmal das zeug runter hauen und wir suchen uns gleich mal was zum verkaufen die haben alle neues geld ehe wir jetzt irgendwelche quests uns drum kümmern und irgendwelche sachen anschauen wo quests sind werden wir erst einmal ein paar taschen produzieren nochmal das übliche brauchen wir leder f f und da machen wir 420 müsste gehen bestätigen q die müssen wir verkaufen die müssen wir verkaufen dagobert hoffentlich hat er so viel hafer ansonsten müssen wir auch noch christophia müssen dort oder nach ronica zum na da der hat ja meistens auch den hafer hoffe ich mal haferkorn brauchen wir so so der denkt jetzt hier erst einmal so ehe wir uns um irgendetwas anderes kümmern brauchen wir das salbgut ich hoffe dass das auch irgendwann kommt produktions limit und dass wir das immer in der scheune einstellen können dass wir sagen so viel muss übrig bleiben das wäre mal nicht schlecht so geld haben wir eigentlich genügend einstecken wo ist er denn der dagobert ist der konrad was bringt ihr hier rum die kommen garantiert erst mal wieder aus der buddha raus wetten wer ist denn das hier der nibor achso alles klar nö die liegen auch nicht mehr am bett wie sind denn die der dagobert jetzt müsst ihr doch langsam hier hin sein grüß dich gewoll zeig mir deine wahre ich brauche hafer hat er hier 58 f e f und haferkorn hat er 153 alles klar gut denn jetzt verkaufe ich dir ein paar sechchen zurück alles klar gut was habe ich noch was für dich das gebratene fischfilet das kann ich dir noch verkaufen gut das ist schon rot das kann raus so das sind zusammen jetzt 208 also wohl brauchen wir noch rund 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 130 so es kommt noch weiter mal die hat ein quest hoffen 5 stimmt zicken krieg kann ich dir bei etwas entschuldige hast du irgendwas wolle brauchst du welche ich hole wolle für dich alles nicht doch ja ja mach's gut ich muss erstmal gucken wieviel du brauchst wolle sie braucht fünfmal wolle na gut matilda ja zeig mir mal deine ware ja ja die best products hier hab noch nicht so den großen kuss wolle brauchst du nicht best products wolle f fünfmal kaufst du ab die bring ich dir gleich wieder bestätigt alles klar doch nochmal zeig mir deine ware f ja ja es kostet noch possession von mir f f noch gut wo ist denn hier ist die wolle gut das hat man nicht so klein auf die schnelle noch ein quest mit erledigt und jetzt gucken wir hier neben zur ginga die braucht die rest sächschen wir sehen was man da noch verkaufen kann ginga bleibst du hier zeig mir deine ware ich hab noch ein paar sächschen habe ich noch die deine mutter nicht kaufen konnte so was habe ich noch dabei das fladenbrot esse ich selber Hafer Hafer Korn aber wir müssen übrigens noch die stecke Klamotten wieder wechseln wir rennen schon wieder so jetzt noch 897 da kriegst du mal diesen einen trinkschlauch noch ja was haben wir denn noch wolgern habe ich noch eins alles klar das verkauf ich dir ab das sind noch 707 alles klar das hole ich mir bei gelegenheit auch noch alles klar machs gut und jetzt müssen wir laufen mal gucken gleich mal ist ein rollnika ein quest da ist keiner aber wir haben zu hause drei alles klar wir laufen jetzt nach rollnika laufen hier mal querfeld ein nimm mal den bogen in der hand mein freund nicht dass hier sich was rum treibt hier unten sieht nicht danach aus wir legen uns mal hier ein wegpunkt legen wir uns mal da musst du jetzt mal durchs wasser da musst du jetzt durch vielleicht mal ein bisschen schwimmen wir haben wenig zeit wir wollen das heute noch alles erledigt wenn wir hier nichts kriegen doch ich denke schön dass wir hier noch was bei dem nader kaufen können normales ufer im auge behalten nicht dass sich da irgendwo was rum treibt davon ist die brücke hier liegen fässer wieder rum so in der scheine habe ich dass das bisschen hafer das tatsächlich selber wenn ich nachher zurück bin und alles was mit hafer zusammenhängt habe ich den ja schon weggenommen in der produktion so was haben wir hier drin gar nichts alles klar die haben wir schon mal geplündet und hier scheint dann auch nichts drin sein also auch nichts drin alles klar wir laufen jetzt hier am fluss erstmal lang hier müssen wir auch aufpassen hier sind irgendwo wölfe unterwegs das ist die hier ist die brücke genau 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 gäste da passiert nichts mehr da kommt keine welt hier liegt der wagen wo man immer nix findet wenn wir hier ist immer nix keine ahnung was hier ist doch in ist in der branche ist sich noch mal gefunden guck mal noch was hoch zum und rückwärts gehen wir aber über die brücke wir werden uns auch demnächst noch ein stall bauen und da werden wir uns mal aber esel zu legen gleich mal wieder auflesen wir haben sie bisher nicht volles programm drin jetzt haben wir 65 für ein komplettes leben der ist ja bestimmt in der scheine wie ich den kenne der hafer und hau kommen also wir brauchen 130 hau kommen wir kaufen die alles hat ff und hier haben wir den hau von immer auch noch mit und habe ich noch irgendwas was ich dir verkaufen kann die branche sich die habe ich gefunden die kriegst du dann habe ich hier noch mal den heißen haben den halb verbrauchten so das war es mehr habe ich nicht dann habe ich dass du noch 1827 alles so ich komme noch mal wieder irgendwann und verkauft er noch weiß so jetzt habe ich auch zu verkennen ja haben wir doch jetzt haben wir doch eigentlich schon wieder reputation oder wir sind jetzt über 47 schau mal da kennt man ja theoretisch schon wieder jemanden mitnimmt 47 128 genau drängel doch mal nicht so rum wer bist denn du carolina motil burka da haben wir doch schon eine davon die erika da haben wir doch auch schon eine und den oleg den können wir nicht mitnehmen sie ist 27 muss gut und du bist noch älter und 24 aber du bist hässlich dich nämlich nicht mit die ist 27 aber es geht schon neue siedlung großartig sehen wir uns dort die kriegt jetzt gleich mal ein haus eins von den neuen die kann man doch noch gleich mal einen job nämlich noch nicht gemacht in der neuen kräuter hätte ist noch niemand drin zu weisen da geht die erika rein dürfte gar nicht so weit unten sein hier f so und wir schauen gleich mal in die gewinnung kräuter hätte 2 f da haben wir wenigstens erst mal eine drin und da geht uns runter ja wieso ist denn die jetzt hat die noch die hat eine 2 f kräuterkundler f alles klar was die hat kein wasser was auf so ein quatsch auch so wir mit überhaupt wollten wir doch eigentlich machen was der brunnen ja der hat keine arbeitskraft drin da müssen wir doch sofort jemanden einstecken da war bestimmt eine schwangere drin und die hat jetzt empfunden alles klar wen stecken wir denn dort rein haben wir überhaupt noch leute die filiberta die ist oben im außenlager unabunda die ist doch noch da mit 26 die hat eine 3 die kommt dort rein f wasserträger f alles klar fertig ist der lack gut und jetzt habe ich gesagt wir wollten ja auch noch in die dienstleistung schauen die bauhütte selber ist auch schon kaputt seht ihr das der eckberta hat jetzt schon eine 7 dann macht er erstmal die bauhütte ganz f ja den grabungsschuppen ja den kuhstall ja und der materiallacher ist kaputt ja auch anordnen genau macht das alles ganz mein freund und wir laufen jetzt hier runter und die hat sich jetzt hierher geblieben haben wir haben noch ein paar minuten für die aufnahme ich glaube jetzt nach hause und wir sehen uns in unserem dorf wieder alles kommen meine freunde bis gleich so meine freunde wir sind jetzt wieder zu hause es gehen wir gleich in die steune rein und und verdrängen wir den druck können den schritt zur seite gehen das will ich ja ja dann wollen wir das in haferdreschen zu kommen so das machen wir jetzt schon ganz schön ist ja so alles klar wir sind fertig mein freundlich kannst du daran und jetzt schauen wir fix noch mal in unsere scheinen rein dass man den falschen fehler machen ja die haben alle kein material wieder alles klar so da schauen wir rein dass die nix mit hafer veranstalten tierfutter kein material alles klar aus nix sonst vor du die nämlich gleich wieder wir haben über 700 mal tierfutter brauchen die jetzt keins machen haferkorn haben sie auch nicht alles klar also und mail machen sie mit hafer auch nicht alles klar der nächsten scheine dünner haben sie in arbeit die haben nur den dünner und arbeit alles klar und die scheine die haben dünner auch bloß dünner und arbeit und zwar aus dünnen machen die dünner was anderes machen die nicht die kennen jetzt hier rocken kann machen den geben volles programm morgen hier 99 prozent dann wieder den rocken innerhalb von anderthalb tagen weggetraschen auch das kann uns ja egal sein da ist es weg gut und jetzt schaffen wir nämlich unter haferkorn schaffen wir jetzt in der materiallager auch hier haben wir noch einmal mit wasser dann kann man darum aus trinken so jetzt dieses haferkorn räumen wir jetzt hier rein damit die das selber rein haben ich kurbel hier auf der seite vom lager ich muss doch in meinen taschen suchen haferkorn 376 mal fef alles klar die holzstämme die wir gefunden haben kommen auch hier rein die haben schon wieder 1000 11 1500 na gut zählen noch ist ja noch rund zweieinhalb tausend bis sie wieder voll sind stroh und jetzt gehen wir nämlich noch hause endlich mal den flachs aus in unsere kiste wir fördern jetzt mal noch das eine haferbrot das ist eine fladenbrot ist auch vergammelt und jetzt gehen wir nach hause und ziehen uns um dass man endlich mal die dicken sachen vom band zu kriegen kann ja schon rein zu schwitzen ja dann ist schon über 20 grad und wir rennen auch in den belzstiefeln und mit dicken dicken belz kochen naja die werden jetzt auch langsam gründer gundolf die direnz immer noch brauche ich jetzt genauer anschauen hier also alles klar gut eine ganze bande hier achten kriegst die mit den kleinen geistern und für die müssen wir dann später mal entweder wandern zu aus oder wir brauchen für die wohnhäuser nennen sie mal 18 sind aber inzwischen sind dann schön von unseren gewohnern einige weggestorben denke ich mir wir wollten nach hause wollten zu hause umziehen alles klar meine freunde wie spät haben wir es denn 16 uhr 55 war sie mir da zieht sich jetzt um und schaut mal was er noch machen kann ich denke mal wir werden anfang mal hier so ein haus frisch das dachte deck aber die ist steht gerade drinnen und schwenkt die ist schwanger da kann man es doch nicht abreißen sonst wirst du nicht mehr damit naja siehst du das ist der erika naja alles klar aber verputzen kann man die häuser langsam mal denke ich mir dass die alle so weiß sind wie uns auch gleich mal was haben wir denn ein kalkstein überhaupt im lager weiß ich gar nicht so richtig aber überhaupt kalkstein kalkstein 1647 mal alles klar da kann man glaube ich auch mal welchen rausschmeißen das werden wir auch machen wir stellen hier aber doch nicht gut in den weiten kopf habe ich den weiten kopf geschnappt wir haben doch auch weiten kisten macht drin denke ich mir das kann man jetzt auch mal langsam einstellen die produktion wir wissen ja gar nicht mit dem spittel wohin brauche eine also wir müssen schon ganz schön ganz schön noch mal feintünen unsere produktion stellen wir mal hier den weiten kiste ganz weiten kopf näher den man den räumen nicht hin vielleicht doch wieder die weiten kiste die haben wir jetzt mal hier her jetzt schnappen und schieben sie mal nach hier hin nicht so weit das war zu weit das schnappen und stellen sie so hin dazu war es nicht geplant aber das kriegt man auch noch hin dann müssen wir doch noch anders kann auch sein gehen ja dann müssen wir sie so schnappen ist nämlich auch gar nicht so einfach na jetzt steht sie schon besser alles klar jetzt sind wir nämlich hier drinnen mal den kalkstein alles machen wir nämlich oder wie wir wollen das 1600 kilo sind wir doch schon wieder mal leichter hier drin auch das letzte was weit machen und dann geht er nach hause sich umziehen kalkstein ja man doch und den packen wir hier rein war noch so weit schmeißen kalkstein nicht in elf als genau eingetroffen perfekt und da schnappt man nämlich die pelze hier an und ist zweiehalbtausend pelzer in der klasse und das stellen wir nämlich jetzt erst mal hier den weiten kopf hierher den man hier weggezert haben dem stamm und gleich wieder hierher das fällt da auch noch um so weiter hierher blicken denke ich mir weiten kopf ja jetzt und es kommt die den kampf schnappen und ein stück nach hinten schieben perfekt steht perfekt und jetzt kommt die pelze wieder nein die 3000 wo da ist ein 506 gut alles klar nein klatsch bitteschön dann ist es und das ist nun inzwischen schon nach 18 uhr geworden ihr seht die fackeln brennen und dabei sie zieht sich jetzt alles klar meine freunde und wir sehen uns zur nächsten folge wieder da werden wir gleich nach costumbia gehen und steuern zahlen und die patel da kommt auch schon nach hause wo sitzt man da sitzt ja auch da der kasper sitzt ja wenn er dort vorher holt alles klar ich holte gleich mit dem besen raus wetten was ist das denn jetzt wird er versteckt gehabt unter dem rock so ich ziehe mich jetzt hier aus und um nicht aus und wir sehen uns zur nächsten folge wieder alles klar meine freunde bis zur nächsten folge hat und und Untertitelung. BR 2018